Wie zur Behandlung und Heilung Rheumatoide Arthritis Rheumatoide Arthritis ist eine chronische entzündliche Erkrankung, die die Auskleidung von kleineren Gelenken wie Finger und Zehen der Regel wirkt. Mit der Zeit kann es sogar die Knie, Knöchel beeinflussen, Ellbogen, Hüften und Schultern. Schließlich kann es in Knochenerosion und gelenkte Formierung führen. Es ist häufiger bei Frauen als bei Männern. Es ist in der Regel bei Menschen über 40 Jahren, jedoch jüngeren Erwachsenen diagnostiziert und sogar Kinder können es haben. Weitere Risikofaktoren sind Familiengeschichte, Umweltfaktoren wie Rauchen, Exposition gegenüber Kieselsäuremineral und chronische Parodontitis. Auch als Rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, in der das Immunsystem fälschlicherweise die Auskleidung der Membranen angreift, die die Gelenke, Gelenkhaut, umgeben. Es ist nicht bekannt, was diesen Prozess beginnt. Die Symptome der Rhe kommen und gehen. Wenn die Körpergewebe entzündet sind, ist die Krankheit aktiv und führt zu Symptomen wie Muskel- und Gelenkschmerzen, Schwellungen, Morgensteifigkeit und Müdigkeit. Wenn die Entzündung im Gewebe nachlässt, ist die Krankheit reaktiv und Symptome verschwinden. Es gibt kein bekanntes Heilmittel für Ra. Allerdings Medikamente sowie viele Hausmittel können die Symptome lindern und Linderung. Behandlung Medikamente Die Arten von Medikamenten von Ihrem Arzt empfohlen wird auf die Schwere der Symptome abhängen und wie lange Sie Rheumatoide Arthritis gehabt haben. Saids Nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente, Saids, können Schmerzen lindern und die Entzündung zu verringern. Nebenwirkungen können Klingeln in den Ohren, Magenentzündung, Herzprobleme, sowie Leber- und Nierenschäden sein. Steride Kortikostoid-Medikamente, reduzieren Entzündungen und Schmerzen und Gelenkschäden verlangsamt. Nebenwirkungen können Ausdünnung der Knochen, Gewichtszunahme und Diabetes umfassen. Ärzte verschreiben oft ein Kortikostoid akuten Symptome zu lindern, mit dem Ziel, nach und nach das Medikament verjüngen. Therapie Der Therapeut kann auch neue Möglichkeiten aufzeigen, die täglichen Aufgaben zu tun, die auf die Gelenke leichter sein wird. Zum Beispiel, wenn die Finger wund sind, können Sie ein Objekt mit den Unterarmen zu holen. Chirurgie Rheumatoide Arthritis-Operation kann eine oder mehrere der folgenden Verfahren umfassen. Synovectomie Operation, um den entzündeten Synovium zu entfernen. Synovectomie kann auf den Knien, Ellbogen, Handgelenke, Finger und Hüften, durchgeführt werden. Tendonreparatur Entzündung und Gelenkschäden verursachen kann Sehnen um Ihre Gelenke oder Bruch zu lösen. Ihr Arzt kann die Sehnen um den Gelenk zu reparieren können. Gemeinsame Fusion Chirurgisch ein gemeinsames Verschmelzen können Ein gemeinsames uns zur Schmerzlinderung zu stabilisieren oder neu auszurichten, zu empfehlen, wenn ein Gelenkersatz ist keine Option. Gesamtgelenkersatz Während Gelenkersetz-Operation entfernt Ihren Chirurgen die beschädigten Teile des Gelenks und fügt eine Prothese aus Metall und Kunststoff. Alternative Medizin Taiki Diese Bewegung-Therapie beinhaltet sanfte Übungen und Strecken mit tiefer Atmung kombiniert. Fischöl Einige vorläufige Studien haben herausgefunden, dass Fischöl Rheumatoide Arthritis Schmerzen und Steifheit verringern kann. Übung Regelmäßige Bewegung ist eine der ersten Schritte, die Sie ergreifen müssen, um Symptome der Rheumatoiden Arthritis zu kämpfen. Übung wird dazu beitragen, Müdigkeit verringern, Muskeln zu stärken und Beweglichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus wird es das Risiko der Entwicklung von Osteoporose verringern und helfen, Depressionen zu kämpfen, was jemand mit Rabewältigungsplagen können. Drei Arten von Bewegung sind sehr hilfreich. Range-Auf-Bewegungsübungen sollten täglich mindestens 30 Minuten durchgeführt werden. Stärkung der Übungen sollten zwei- oder dreimal pro Woche durchgeführt werden. Indurans, Cardio- oder Aerob-Übungen sollten für mindestens 30 Minuten, drei- oder viermal pro Woche durchgeführt werden. Bei Bedarf konsultieren einen Experten darüber, wie ein Trainingsprogramm zu beginnen und welche Arten von Übungen zu machen und zu vermeiden. Heiße und kalte Kompressen Abwechselnd heiße und kalte Kompressen können auch mit Symptomen der Rheumatoiden Arthritis behandeln helfen. Während eine heiße Kompresse Schmerzen durch eine Lockerung der Wundenmuskeln und Gelenke zu reduzieren, wird stumpf eine kalte Kompresse die Schmerzen und Gelenkschwellungen und Entzündungen zu reduzieren. Wickeln Sie ein Heißwasserbeutel in ein Handtuch für die heiße Kompresse. Wickeln Sie ein paar Eiswürfel in einem dünnen Tuch für die kalte Kompresse. Legen Sie die heiße Kompresse auf die betroffene Stelle für ca. 3 Minuten. Entfernen Sie es und setzen sofort die kalte Kompresse an seinem Platz für ca. 1 Minute. Wiederholen Sie den Vorgang für 15 bis 20 Minuten ein paar Mal täglich, bis Sie Erleichterung. Sie können auch diese Kompressen separat verwenden. Vermeiden Sie heiße Kompressen, wenn der betroffene Bereich ist rot, heiß und gereizt. Verwenden Sie keine Kältetherapie, wenn Sie Durchblutungsstörungen haben. Massage Wenn es richtig gemacht, kann Massage steifen Muskeln entspannen und wegen Rheumatoide Arthritis Linderung von Schmerzen bieten. Massage wird die Durchblutung anregen, was wichtig ist, Beschwerden und Entzündungen zu lindern. In 10 Blähmkampfe auf 1 Tasse Senföl und erhitzen, bis der Kampfe vollständig auflöst. Lassen Sie das Öl zu kühlen und dann verwenden, um den betroffenen Bereich mit sanften Strichen zu massieren. Sie können auch ein paar Tropfen Lavendelöl auf etwas warmem Olivenöl hinzufügen und es verwenden, um den betroffenen Bereich mit sanften Strichen zu massieren. Sie können den betroffenen Bereich 2 oder 3 Mal pro Tag für ein paar Minuten jedes Mal massieren. Vermeiden Sie Massage, wenn Sie Ihre Gelenke und Muskeln fühlen sich zart zu. Tipps Wenigstens einmal am Tag, um die betroffenen Gelenke durch Ihre vollständige Palette von Bewegung zu bewegen. Jedoch nicht übertreiben, oder es kann Schmerzen verursachen. Vermeiden Sie Situationen, die die Gelenke wahrscheinlich zu belasten sind. Lernen Sie Ihre Körperteile in einer solchen Art und Weise zu verwenden, die Belastung der Gelenke reduziert. Verwenden Sie Werkzeuge und Geräte auf einfache Weise die täglichen Aufgaben und Tätigkeiten auszuführen. Seien Sie, wann immer Sie das Bedürfnis verspüren. Vermeiden Sie die betroffenen Gelenke in der gleichen Position halten zu lange. Während bei der Arbeit, stellen Sie sicher, jede Stunde eine kurze Pause zu nehmen. Wenn Sie übergewichtig sind, Gewicht zu verlieren, werden die Gelenke besser fühlen. Befolgen Sie eine gesunde Ernährung. Achten Sie darauf, genügend Vitamin D, Vitamin C, Eisen, Calcium, Kalium, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren zu erhalten. Beenden Sie das Rauchen das Risiko von rheumatoide Arthritis-Komplikationen zu reduzieren. Stoppen Sie zu trinken, wie es Ihr Zustand verschlechtern kann. Halten Sie eine positive Einstellung und Gedanken Ihr Gehirn aus dem Gefühl Schmerz abzulenken. Nehmen Sie an einem Lachklub, das Immunsystem zu stärken und erhöhen die Fähigkeit, Schmerzen zu behandeln. Essen Sie ein paar Dosen, gefroren oder frischen Kirschen auf einer täglichen Basis. Nehmen Sie ein warmes Bad oder Dusche in warmem Wasser für 10 bis 15 Minuten vor dem Schlafen gehen gesunden Schlaf zu genießen. Trinken Sie 2 bis 3 Tassen grüner Tee täglich. Techniken wie Hypnose, geführte Bilder, tiefe Atmung und Muskelentspannung können alle zu kontrollieren Schmerzen verwendet werden. Sie können auch versuchen, Akupunkturschmerzen zu lindern und helfen, Ihren Körper zu entspannen.